Was für ein Täuschtauschtheater also, wenn nur der Tod, nur das nie zum Ende kommen können, nur das nie zu sich kommen können, nur die Abwesenheit, erst die antizipatorische Anwesenheit zu erzeugen vermag, damit das im Zugzwang käme, diese entgleitenden Momente, diese sonst für immer verlorenen Momente des Kairos am Schöpf zu packen, um die Drittveränderungsaktionen zu bedienen.